happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle die heute gewusst haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele auch mal wieder früh frei im hex und ich spiele wie immer br ranket zuerst und danach cs bzw das cs ranket viel spaß ok die erste runde br ranket geht los heißt nur hier wenig leute ich denke ich bin der einzige spieler also nur kris ich probiere mal was aus ich fahre jetzt springen raus lasst mich durch an die warte ich weiß an das war egal warum ist der zaun zu leise hier so ist doch schon ein bisschen besser oder das ist so laut wieso ich glaube das besser ich mache das jetzt so ich lasse mich hier runter fliegen und ich warte auf eine nachricht wo ich hingehen soll also ich spiele so ki mäßig ja es dauert jetzt erstmal bei mir 20 sekunden dann sagt er mir wo ich hingehen soll wenn ich dahingehend den raum leer farmen so lange bis sich halt die nächste nachricht kriege da da ist die nachricht ich sollte das holen schnell hin rennen und ich darf die waffen nicht ändern ok hier muss ich einsammeln ok dann den raum abfahmen hier das habe ich es ist es sind nachkampfwaffe und das soll meine sniper jetzt so ok dann passt es ja wo ist die nächste nachricht hin da auch geht abholen Ach, ist er da recht? ne noch nicht jetzt eine nachricht wo war die nachricht? dahinten? willst du nicht laufen? ah ne der mann hat was verloren ok reparieren nachricht habe ich gehört da oben lang also wenn nur ki spieler dabei sind dann ist es egal was für waffen ich habe meistens gewinne ich dann auch mit schlechten waffen und mit waffen die ich nicht spielen kann ich glaube schlecht sind keine man muss sich halt nur dran gewöhnt wie man mitspielen kann ich glaube ich nehme andere hin ich glaube ich nehme andere hin ich glaube ich nehme andere hin so jetzt kommt keine nachricht mehr das heißt es ist nichts in der nähe doch da kann ich bestimmt gar nicht aufsammeln oder? komm einmal reparieren ne einmal raken was ist da oben noch drin? auch ne aug habe ich schon einfach mal ins zelt rein solange keine andere nachricht kommt wo ich hin soll schau ist leer ja ja der hat jetzt nichts mehr für mich der findet nichts mehr deswegen sagt er mal Verbandskasten einsammeln also das heißt ich habe schon das beste ich kann auch nicht mal einsammeln aber wir müssen scho 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 ach da muss er hin warte hier ist noch einer drinnen ach das war ein sniper gewesen ach das war ein sniper gewesen ich dachte das wäre eine schrusslinke das ist ja der sniper meine güte na komm schon hier zack 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 ich muss doch da hingehen hier ist immer noch einer ich sage gibt es doch nicht meine güte so jetzt sauber alle weg ach das sind ich finde oh schwirloote in der nähe da ist einer aber er ist mal rein hier zack Mensch, noch einer hier? Noch nicht bei den Ruhe kann man hier die Sachen holen. Schon einer da. Wo kommen die alle her? So, was musste ich einsammeln? Und da. Okay, war nicht hier das Zeichen gewesen mit einsammeln? Na gut, dann halt nicht. Nichts mehr einsammeln. Noch acht Gegner sind da? Aber wo? Ja. Wo sind die anderen? Die Sonne wird kleiner. Ich muss laufen. Die Sonne wird gespricht. Los Clamp, das ist gut. jawohl nächstes mal probiere ich auf ein Ding zu landen auf irgendein Fleck wo man Sachen einsammeln kann und dass halt was dabei ist darf ich nicht mehr auswechseln so wie ich ihn gerade auch gespielt habe ja würde ich sagen so hatte ich ja gerade noch die Chance gehabt eine Waffe auszusuchen es war dachte ich das wäre also es war schon die Waffe die ich gesucht hatte aber ich dachte das eine werden Schrotflinte naja egal hat aber auch gepasst so dann würde ich sagen das war es mit dieser Runde und wir gehen jetzt in CS Ranking rein wenn ich da keinen Platz findet dann halt in CS viel Spaß okay CS Ranking ist es okay okay zwei Kinsich Espanol komm 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 Ich bin ein Freund, die ich weiß. Ich bin ein Freund, die ich zum Beispiel. Ich hab einen Freund. Ich hab einen Freund. Ich bin ein Freund. Was ist das? Wie geht's das? Hm... ...lust du ja? ...dannst du das? ...dannst du es? ...dannst du? Was? ...dannst du? ...dannst du? ...dannst du? ...dannst du? Was hat denn für Schuhe an? Kartons? Schuhkartons. Ja. Ja, der hier. Musti. Ja, der Schuhe an Hitshot. Oh. Be happy. Hm. Ja. 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 um ist einer zwei Hedgecock schön Das ist gut. Das ist gut. Der ist auf der Seite. Auf der Seite. Ich habe einen, der Hörer. Ich habe einen, der Hörer. Ich habe einen, der Hörer. Das ist gut. Ich bin gut ok jetzt aber in der runde geht das wenn ich ein haus reinkommen wenn ich dann ups 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Garne, 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 garne. Nein, 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 nein. Mahle, ich will doch nichts. Lass die da rein. Okay, gut, 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 gut. Ratsch. Man kann' gut spielen. Ja, ja, ja. Nice. War aber nicht mein Verdienst. Ich glaube ich hab nichts gemacht. Ja, ja. Nein, nein. ich bin mal wieder am Tag ich bin auf der Nacht Ich bin auf der anderen Seite 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 Das ist so toll Ich bin jetzt hier. Jetzt starte ich. und da ist ich habe einen Kill, naja nicht ganz ich habe die nur runtergeschossen und einen Adraten getötet ich habe alles was ich haben möchte »Ein Erster« »Ein erster!« »Ein erster« »Ein Erster« Die sind zu schnell. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur vorhin gesehen, wie der eine links nach rechts rüber gelaufen ist. Wie viel Reparaturkisten brauche ich? Ok. Er wurde beschossen, ok. Ich habe einen, ich habe einen. Er ist in einer. Er ist in einer. Er ist in einer. Das ist doch ein Tiro. Jetzt habe ich ein bisschen was gemacht in der letzten Runde. Ich habe wahrscheinlich die ganze Zeit gewartet, das wird es sein. Dann bin ich ein Level ab jetzt so bei CS. Yeah, Silber 3. Zwei Sterne, nice. 750. Boah, war ich schlecht. Ich war der Schlechteste. Okay, gut. Kein Problem. Gut, dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch noch mal im nächsten Video seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann.